Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Rampire Slot 1, Ragen of Blood. Ja, und das geht auch direkt hier weiter. Jetzt sind wir noch in diesem tollen Wald. Wir sind in Level 26 mit allen Leuten. Und es geht weiter. Frage ist, wo sollen wir jetzt lang? Ich guck mal erstmal hier so ein bisschen oben rum. Und dann laufe erstmal alles von oben nach unten, links nach rechts ab und dann schauen wir weiter. Tja, wir werden natürlich wieder hier schön von Gegnern überrascht. Und irgendwie ist da gerade Asuka von irgendwas übertroffen. Ja, klar, wein noch raus, komplett. Da lacht das Herz doch. Vor allem, wenn die Todesblume stirbt. Immer diese komischen Botanik-Viecher, die einen angreifen. Schlimm. Einfach doch schlimm, sowas. Ja, ich bin bereits blind. Danke. Blinder als blind kann ich nicht werden, denn blinder als blind kann man nicht werden. Oder so. So, vielleicht finden wir ja nochmal Throon hier irgendwie. Hm. Gegner. Das finden wir. Jo. Jo. Also, die Gegner geben echt geile Erfahrungen, muss man ja wirklich sagen. Und eine Truhe. Genau das wollte ich haben. Speicherstein. Jo. Noch eine Truhe. Mann. Weihnachten oder wie? Blutnektar. Alter, was ist das? Die maximale Blutkapazität plus 1 Blut. Wer brauche es? 224... Du. Ja. Mehr Blut. Ist immer gut. Reimt sich. Ne. Dann mal weiter. Ach, die Gegner sind ja so einfach jetzt. Mach ich mir keine Gedanken mehr, dass wir hier dieses Gebiet auch schaffen. Na gut. Außer wenn die Gegner ausweichen. Das ist weniger geil. 300 Erfahrungen. Mann, haben wir ja gleich bestimmte Level ab, oder? Ach joa. Es geht. Macht sich. Na gut. Sehr gut. Noch eine Runde. Wo ich so die Kampfmusik gerade höre. Ich wurde von einem User herausgefordert. Ja. Ist klar. Ich hatte ja einmal gefragt, ob ich die Kampfmusik umändern soll. Hat ein, äh, User mir gesagt, hey, ändert sie. Alain, was ist mit dir los? Geht's dir doch gut? Auf jeden Fall hat der User gesagt, ich soll mal die Kampfmusik ein bisschen ändern. Das mache ich. Nach diesem Kampf. Danke. Habe ich gleich noch andere Sachen zu tun nach dem Kampf. Alain, wieder. Wieder stopp machen. Auf jeden Fall. Na ja. Ja, ist das super. Mit dir jetzt alle blind sind. Ich sehe jetzt ein bisschen... Mit dir damit agieren, oder? Ja, super. Ja. Egal. Na komm. Noch einmal. Ja, wunderbar. 570. Und normale Seelen. So. Erst einmal. Mit ihm hier, alle heilen. Mit ihm hier, alle heilen kann ich leider noch nicht wiederbeleben, oder habe ich gerade... Trank dafür? Nö. Nicht gut, dann Menü. Optionen. Kampfmusik. Ähm. Nö. Wir sind mal Dark Boss, oder? So. Sollte er kennert sein? Ja. So, Alain lebt auch wieder. Das heißt, sie kann gehypt werden. Und jetzt regnet er so wieder. Und nein. Das ist neue Musik. Und, wie gefällt sie euch? Das ist eine geile Mucke, oder? Auf jeden Fall. Auf in den nächsten Kampf. Ich will die Musik noch mal hören. Sehr schön. Lass jetzt mal ein bisschen mehr auf die Musik. Ja. Geile Mucke, oder? Also, ich... ich find die geil. Na? Geile Mucke, oder? Also, ich... ich find die geil. Danke fürs Ändern der Musik. Geht an... Hirni und eine Zahl nach dem Namen, dessen Zahl mir gerade entfallen ist. Aber, fühl dich gegrüßt. So, jetzt müssen wir die noch mal hier rumhauen. Also, nicht Hirni, sondern hier diesen, äh, Tömpelskäfer. Wenn das dann mal klappen würde. Aski hat dich doch schon wieder fast. Unmächtig hier rum. Boah! Komm! Was ist denn los? Ja! Super! Weiner ist ein Stachel! Geil! Ja! Aski auch fast! Geil! Komm! Bitte, 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 bitte! Ah! Danke! Ah! 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 Was? Wie? Der hat kein Blut mehr! Was soll der Scheiß denn? Äh! Ah! So! Das tat gut! So! Schmerzmittel! Oh! Der hat kein Blut mehr! Alter! Da muss ja der Blut ausstehen! Muss nur noch Weiner wieder, äh, leben! Da lebt er wieder! Wunderbar! Ja! Ach, er braucht neues Blut! Oh, Mann! Ja! 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 Bis am Anfang! Ja! Ja! So, schon hier weiter rumschauen. Äh, sagt bloß. Und? Ach komm, jetzt wollte ich mal fliehen, weißt du? Das erste Mal, wo ich diesen Part fliehen wollte. Und noch vor. Fliehen. Danke. Sag bloß hier. Na gut, dann kill ich euch viel. Ich hab aber da noch ne Kiste gesehen. Die will ich mir da hoch und da noch holen. Mach den Kamm. So, nochmal 340 Erfahrung. Heiliger Sand, was ist das? Heiliger Sand. So, warum kann ich das hier nicht sehen? Hä? Moment mal. Ach da. Links. Starke Heilige Handgriff. Oh, den sollten wir uns aufheben. Ja, aufheben. Wie schon gesagt, aufheben. Ich wollte gerade aktivieren, aber... Nene, ne ne, die nehm ich mir für... Ich sag mal so. Gute Gegner auf. Zombies, Skelette. Ich hab wieder sie in Heiliger Handgriff. Doch sehr angst. So. Na, freunder Pett wieder. Bald sollten wir doch mal Level abhaben, oder? Ach komm. Der Live lässt echt zu wünschen übrig heute. Doch, ist deine Heilung ganz geil. Doch, ne. L.A. Mach mal. Ja. Wow, das war ja awesome. Ich dachte wegen Feuerangriff und so, ne. Aber das hatte ich schon mal versucht. Feuerangriff auf Pflanzengegner. Diese Pflanzengegner. Und das hat auch nicht so wirklich viel gefragt. Mist. Selber ein Fall, der eigentlich gut ist, aber der irgendwie Reitfall war. Naja. Was sollte man machen? Außer, dass blutig der Gegner den Boden bedeckt. Und weiter ist Ende 27. Asker auch. Nur, er legt, kribbelt noch rum. Dim, 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 dim. Wow, 97. Geil. Ach, ja. Weich aus. Dafür hab ich auch was gewicht. Geil. BAM. BAM. Top. Und das ist auch L.A. 27 goldig. So. Jetzt können wir... Beide an unten. Wunderbar. Immer tief in den Wald hinein. Immer tief in den Wald hinein. Oh, der Gegner. Kommt immer weiter. BAM. Danke fürs Gespräch. Life ist top. So. Erstmal hier links lang. Nee, die Gegner wollte ich mir jetzt nicht holen. Tschüss. Nimm mal hier. Alles. Ich bin gut auf. Danke. Ooooooh. Die Gegner empfehle ich auch nochmal. Da ist ne Kastativ. Die will ich haben. Papier steigen. Geil. So. Die Gegner empfehle ich erst nochmal. Tja. Wir kommen immer tiefer. In den Wald. Wir werden immer stärker. Tja. Ich hoffe, es kommt in diesem Part of the Story. Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Das ist schon so lange her. Ich glaub, acht Jahre, als wir das letzte Mal gespielt haben in das Spiel. Acht, neun Jahre, irgendwie so um die Dreh. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja! Komm. Ja, wunderbar, jetzt kann ich nicht viel teilen. Jetzt aber. So. Na. Danke. Bevor ich da, weil da ist bestimmt die Höhle da dran. Ja, da ist die Höhle, da will ich aber jetzt noch nicht hin. Komm, euch mach ich noch. Ich muss ja ein bisschen Erfahrung hier sammeln. Dann guck ich rechts oben nochmal und dann geht sie in die Höhle rein. Und dann sehen wir mal, was uns deine Höhle erwartet. So, geile Möcke. Hab mal viel Erfahrung und coole Seele. Wie viel Seelen haben wir denn jetzt? Normale 85. Das heißt, wir müssen die auch bald mal abgeben. Krass da ist. Ich dachte, ich könnte mich nicht mehr bewegen. Ich gucke erstmal rechts lang. Soll ich nach oben gucke. Ist das eine Truhe? Naja, aber das sieht so aus, ne? Das ist irgendwie wie eine Truhe in einem Baum ist. Dim, 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 dim. Ach bitte, lass mich jetzt fliehen. Ah, super. Jetzt muss ich wieder mein weniges Schmerzmittel verwenden. Boah, der Watt ist aber wirklich groß, ne? Ich glaube... Ich mache das. Vielleicht finden wir hier... Da, Kiste. Eisling, okay. Dim, 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 dim. Ach ne, kein Kampf bitte. Nein, 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 nein. Schon wieder. Ach, komm. Wo können wir denn noch was finden? Ich will ja möglichst viele Kisten. Am besten alle Kisten finden. So. Blieben bitte. Während ich am suchen bin, hasse ich hier zu kämpfen. Ah, okay. Hier waren wir schon mal. Danke. Dann heißt es wieder runter. Definitiv runter. So. Aha. Jetzt guck ich hier nochmal. Na, okay. Den Kampf nochmals. Dann gehen wir in die Höhle rein. Ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendwie noch was vergessen hier draußen. Irgendwie noch ne Zuhl oder so. Ich weiß nicht. Jetzt kommen wir unfallstätig vor. Aber ich gehe jetzt trotzdem in die Höhle rein. Wir haben lang genug draußen gekämpft. Und der Läden schon wieder fast am Ende. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Äh, sagt dadadadam dadadadadam. Dadadadadadadam. Dadadadadadam. Dadadadadadadam. Dadadadadadadam. Und längs. Rein. Hier wird also bestimmt wieder gekämpft. Ich würde sagen. Speichern. Wir haben noch einen Speicherstein. Ach ja klar. Ich war da noch. 10 Sekunden. In der Zeit halte ich mich am besten nochmal. Weil. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich ein Bosskampf. So. Ein Schluck. Aus meiner Fritz Limonade. Zitronenlimonade. Sehr lecker. Ja. Speichern. Vorsichtshalber. Wir haben. 87 normale Seelen. Okay. Müssen wir bald wieder einlösen. So. Schauen wir dann mal hier. Wow. Neue Gegner. Erd-Elementer. Alter. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die sehen ja mal nice aus. Die sehen echt geil aus. Was? Oh. Die können meinen Angriff fertig werden. Ach so scheiße. Das heißt. Ich muss sie schnell killen. Die sind auch verdammt stark. Oh oh. Ich habe das böse Gefühl. Die Gegner können uns gefährlich werden. So. Einer ist erledigt. Nochmal. Oh oh oh. Die Gegner sind sehr fies. Au. Sie richten viel Schaden an. Nein. Wie jetzt oder? Komm. Immer noch. Was? Ich mache auch so wenig Schaden jetzt. Verdammt. So. Danke. Puh. Kann man ja hier am Kristall was machen? Nein. Okay. Na ja. Dann machen wir den nochmal. So. Die Frage ist. Gibt es hier Geheimräume? Wieso? Wie? 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 Danke. Fallen wir da unten rein. Ja oder nein? Oder nein? Okay. Jetzt reichts. Jetzt reichts. Ich weiß nicht ob wir da unten reinfallen können oder nein. Ich weiß erst nicht, ob es da weitergeht, ob es da so ziemlich im Secret geht, oder ob wir dann da tot sind. Weißt du was? Ich speichere mal. Oh, okay, das ist nicht mal ein Loch, oder? Ja, vielleicht schon, aber wir können da also nicht rein. Sehr gut. Haben wir ja das auch geklärt. Äh, schädigt. Okay, alle Gegner. Alle. So, Male, angreifen. Ein. Bekreuzung, wow. Geht's. Gegen Magie sind die also sehr verteidigungsstark. Ich hasse, die Gegner so sehr gerade. Ja. Was? Oh, Mann. 5 AP, was? Nö, der Fall. Einen haben wir. Einen haben wir. Noch mehr. Ne, komm. Wenn der Angriff noch mehr gesunken ist, danke, nein. Das lehne ich ab. So. Gibt's hier Geheimräume? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nee. Komm, geht ein Camping noch. Einer von denen ist nur okay, aber zwei ist zu viel. Sorry, zwei sind zu händlich. Weil beide ja dann Akte verringern können. Und wir haben uns noch. Tschüss. 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 So. Tschüss. Tschüss. Wenn die Brücke weiter geht, erfahren wir im nächsten Part. Bis dann, bei dem Spiel hier. Wäre Passant 1.